Herzlich willkommen in unserem Zuhause. Ein Zuhause ist etwas wahnsinnig Wichtiges für mich. Es ist ein Wohnen und ein Leben, aber auch ein Wachsen. Bei unserer Situation ist das mein Mann, der Klassiker reinbringt, ich, der eher die weiblichen Formen, Farben und Dekorationen reinbringt und unsere Kinder, die ab und zu ein Chaos ihnen bringen, aber auch natürlich das Leben. Es gibt mehrere Möbel, die wir sehr schätzen, aber der Zusammenkunftsort ist der Teppich von Schönstau, der Galaxieteppich. Unsere Kinder leben dort drauf, habe ich das Gefühl. Sie puzzeln, sie spielen, es ist ihr Lieblingsplatz. Mein Rückzugsort jetzt nur als Frau, als Jeanette, ist neben dem Badezimmer auch der Slowchair von Vitra. Der schätze ich sehr, weil er sehr schön ausladend ist oder eben auch einladend, weil er schön breit ist. Es kann sonst auch mal jemand neben mir Platz nehmen, wenn ich mal nicht alleine sein will. Es ist einfach ein wahnsinnig bequemes Wohlfühlmöbel. Mein Einrichtungstipp ist, dass das Einrichten etwas sehr Persönliches ist und darum sind die Tipps auch immer schwierig. Aber wenn ich einen Tipp geben darf, dann bin ich für gute Basic-Klassikermöbel, wo man dann darauf, wie das Persönliche aufbauen kann, sei es mit Farben, Gegenstände mit Patina und Geschichte, Erlebnis oder kleine Lieblingsstücke, die sich Brüche geben und das Ganze wohnlich gestalten.